Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalon Code. Ja, ich hab trainiert und ich hab das nur bis Stufe 6 gemacht, weil es etwas zu lange dauert und ich hab keinen Bock, ganz halt mit dem scheiß Messer zu kämpfen. Also, Mäuschel, Dolch, dazu fehlt mir noch ein Element, also Eisen, aber dazu hab ich halt die hier gemacht. Deswegen kann ich momentan nicht die Mäusche durchmachen. Ich würde ihn gerne machen, aber ich kann das nicht. So ist es halt und so bleibt es jetzt auch. Und tot. Okay, nicht tot. Ne, 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 ne. Warte, wo muss ich da hin? Wir waren jetzt bisher bei jedem Station, das weiß ich schon. Warte, hier ist 9, okay. Wenn ich jetzt da hinten gehe, bin ich bei 10. Okay, aber diesmal gehe ich nach unten. Und was denn dann? 14. Ich gehe jetzt mal nach links. Was gibt's hier? Ähm, ja. Zentral bist du 12. Was ist das denn? Wir siegen alle Monster. Okay, werde ich jetzt mal. Hab ich. Und ich nehme das hier raus. Als Golem. Ne, ne, so wollen wir das doch nicht. Jetzt bist du ein normaler Golem. Mit 2500 Lebenspunkten. Verdammt. Egal, ich töte dich. So, so, so. Okay, jetzt aufgeladen und jetzt los geht's. Verdammt. Okay, er ist tot. Okay, immer noch nicht. So, so. Okay, jetzt bist du tot. Jetzt kommt der nächste von denen. Jetzt. Verdammt, er hat Schutzschiff gemacht. So, so, so. Und. Stirb. Stirb, verfickt nochmal. Stirb. Okay, tot. Kommt noch einer von denen. War irgendwie schon klar. So. So, so, ja, wunderschön, wunderschön. Das war sehr, sehr gut. Und du hast mich nicht getroffen, du fällst gehofft. Aber jetzt bist du nochmal tot. Bis jetzt tot. Geschafft. Du hast alle Monster besiegt, steht jetzt bestimmt. Ja, ich hatte recht, du hast alle Monster besiegt. Und ich krieg dafür etwas, eine kleine Belohnung. Super. Und wo ist die jetzt? Okay, da ist die. Und was ist das? Wurfstern, Schatten, zwei Eisen. Okay, das kann ich auch nicht machen wegen Eisen. Verdammt. Okay. Ja, und was sagst du? Wüstenbewohner. Hä? Was ist los? Wieso hast du Angst vor ihnen? Hä? Okay, unser Held ist ein Angsthase. Schade, schade. Ich dachte, er hat Eier in der Hose. Scheint wohl nicht so. Er ist eine feige, feige Sau. Nö, nö, nö. Sagst du etwas zu dem Stein? Nein. Ich glaub, da ist unser Zielort, wo wir hingehen sollten. Aber ich geh jetzt noch nicht dahin. Ich guck mir noch die Gegend an. Okay, hier ist zwölf. Sagst du irgendwas dazu? Ja, ist klar. Okay, hier ist vierzehn. Und warum komm ich hier hin? Zu zehn, okay. Warte, 14 kam ich nach unten. Okay. Jetzt bin ich bei der 14 wieder. Ja, recht. Ich. Geh ich mal so. Ach, scheiße, er hat 13. Okay, das war 13. Ich dachte, das war acht. Was sagst du dazu? Okay. Oh, eine Blume. Die werde ich doch gleich mal einscannen. Dankeschön. Nö, 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 nö. Okay, ich bin jetzt wieder bei zwölf. Also 15 ist das höchste, glaub ich, jetzt mal. Und jetzt gehen wir mal rein. Ins Getümmel. Ey, was ist das denn? Okay, wir haben Flügel erhalten oder so. Hey, Roxa, sieh mal. Sie sehen aus wie Flügel. Aber was sind sie wirklich? Lass sie uns aufheben und gehen. Okay, einfach aufheben, klar. Kann ich machen. Schicksalsflügel. Gut, jetzt lassen wir uns weitergehen. Ähm, okay. Oh, Anfahr. Anfahrlein, wie geht's dir denn? Alle Seile durchtrennen. Ähm, okay. Okay, ich brauch die Wurfmesser. Verdammt, okay. Aber erst rüste ich mal das aus. Diese Flügel, die wir bekommen haben. Rücken. Ausrüsten. Jetzt haben wir Flügel. Juhu. Und Waffen. Geschoss. Und das hier. Und nochmal das hier. Weil er so geil war. Nee, 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 nee. Okay, getroffen. Ah, jetzt brauch ich den Hammerverdammt nochmal. Fick dich doch. Nein. Waffen. Boah, Hammer. Hier so. Das will ich mich doch verarschen hier, dieses Spiel. Ähm, ja. Super. Waffen. Nicht Bombe. Äh, Waffen. Geschoss. Das hier. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, das haben wir hier. Okay, wir haben's geschafft. Oder nicht? Doch, wir haben's geschafft. Alle Zeit durchdrehen. Gold. Silber. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Okay. Was kommt jetzt? Tätigerle Schalter. Mehr als 10 wolltest besiege Waldwesen. Ähm, ja. Flügel-Action. Und jetzt kommt Schwert-Action. Ist klar. Schwert und Ausrüsten. Ausrüsten pur. Ausrüsten pur. Jetzt komm schon. Jetzt besiege ich dich. Aber erst ein Scan, was du bist. Ähm, ja. Okay, du bist irgendein Schattenteil, was ich nicht kenne. Ich brauche die Karte, verdammt. Ähm. Okay. Hä? Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Wollt ihr mich hier verarschen oder was los? Hä? Hä? Wie zum Teufel soll ich das da machen? Hä? Achso. Fick dich doch. Äh. Hä? Boah. Jetzt habe ich Bronze. Ich habe nichts. Boah. Okay. Ich brauche Feuer, Eis und Blatt. Das werden wir doch ganz schnell mal machen. Erstmal Feuer. Oder ich mache mal das ganz schnell aufspeeren. Also bis gleich. Okay. Es geht weiter. Ich habe jetzt alles geholt. Waldschlüsse. Jetzt kommt das hier. Gemischter Schlüssel. Und jetzt das hier. Okay. Seine Stufe ist gestiegen. Okay. Damit kann ich bestimmt jetzt die Tür öffnen, oder? Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Denke ich jetzt mal. Ähm. Objekte. Schlüssel. Und. Okay. Ich kann die öffnen. Ich kann die öffnen. Und ich gehe jetzt mal rein. Blitzmeldung. Okay. Georg von Rouhan. Ähm. Eingeschriebene Herausforderungen. Herausforderungen von Bürgermeister Georg von Rouhan. Prüfe dein Wissen. Okay. Erst mit seiner Waaglis. Und. Huuu. Okay. Verdammt. Dammit. 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 Jetzt so. 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 Was im Teufel. Wie bist du denn drauf hier, Macker? Und jetzt weg. Ich soll alle Gegner besiegen. Okay. Mach ich jetzt mal. Äh. Jetzt noch einer von denen. Nee, 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 nee. Geschafft. Das ist doch mal klasse. Oh. Okay. Ich habe trotzdem Silber. Ja. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass ich Silber bekomme. Ha. Ich gehe aber jetzt mal nach. Dahin. Hier tätige alles halt. Ach du Scheiße. Übertreib doch gleich. Ähm. Okay. Verdammt. Übertreib doch gleich hier. Okay. So. Hä? Ach so. Okay, wenn es so ist. So ist. Okay. Geschoss. Geschoss. Ich muss daraus jetzt Feuer machen. Ein Feuerwurfmesser. So. Ja. Jetzt brauche ich den Feuer. Dingster vom Schlüssel. Schlüssel. Komm her. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich gesagt. Jetzt Waffen. Geschoss. so. So und so. Okay. Jetzt haben wir das auch geklärt. Verdammt. Ich muss das alles ausrüsten. Ja. Okay. Hier so. Gut. 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 Hä? Hä? Ey. Hier willst du mich doch. Ach verdammt. Fick dich ins Knie, Macker. Okay. So. Geschafft. Okay. Wo ist jetzt der verdammte Schalter, den ich betätigen auch noch musste? Okay. Komm. Komm schneller. Jetzt rauf. Ah. Fick dich doch. Boah. Leckt mich. Ich dachte ich kann jetzt fliegen. Aber es scheint wohl nicht so. Scheiß Flügel. Verfickte Flügel. Okay. Der Schalter ist noch da. Ich muss gleich einen Hammer benutzen. Oder wie sonst soll ich das machen? Verdammt. Ich kriege Silber oder Bronze. Verdammt. Okay. Man kann nichts machen. Okay. Ich baue den Hammer. Hammer Action. Hammer Action. Hammer Action. Hammer Action. Waffen. Hammer. Ausrüsten. Jetzt komm schon. Jetzt komm komm komm. Ich verstehe jetzt nichts mehr. Habe ich jetzt diesen Knopf getroffen? Hä? Okay. Hier gibt es wohl nichts mehr. Scheiße. Hier gibt es nichts mehr. Ich bin umsonst hier reingegangen. Oh. Verdammt. Okay. Habe ich umsonst gemacht. Aber egal. Wir machen das einfach mal. Aus Lux und Tollerei. Yeah. Lux und Tollerei. Das ist doch geil. Nee. 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 Okay. So runter. Und die gehen jetzt wieder zurück. Weil ich den falschen Weg gegangen bin. Ja. Ich weiß. Mit einem Hammer und einem Dolch gehen wir in unseren Weg hier. Betätige alle Schleute. Bissige alle Gegner. Ähm. Ach. Leck mich, Leute. Ach. Leck mich, Leute. Verdammt. Boah. Fick dich ins Knie. Scheiße. Schaffe ich das noch in diesem Video. So. Okay. So jetzt. Jetzt rauf mit dir. Jetzt hoch. Was ist hier? Was brauche ich hier? Wald. Okay. Wald. Wald Action pur. Ähm. Verdammt. Raus hier. Ja, ich weiß. Mach mal schneller. Schneller, schneller, schneller. Wo es zum Töpik ist? Ach. Objekte. Schlüssel. Verdammt. Wald. Wald. Komm her. So. Waffen. Geschoss. So. Bisschen Wald kriegst du auch jetzt. Dankeschön. Boah. Das dauert zu lange. Dauert zu lange. Dauert zu lange. So. Jetzt rauf mit uns. Ich brauche Eis. Eis, 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 Eis. Das schaffe ich nicht mehr in diesem Video. Oder? Warte. Das versuche ich jetzt mal. Ach. Ich muss Cut machen. Tschüss.